Freunde der Leihunterhaltung, sehr, sehr schön, dass ihr mal wieder dabei seid und extrem schön, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Habt ihr nicht? Na dann, äh, hier, also hier unten oder, ich glaub da, ne? Da, bitte, ihr wisst Bescheid. Im letzten Video ging es um die Canon R8. Ich hab seit langer Zeit mal wieder ein Canon-System auf meinem Schreibtisch gehabt und ich hatte euch im letzten Video gesagt, dass sie dazu passend auch eine Linse hatte, nämlich die 24-50, also die RF 24-50 Linse und um die soll es heute in diesem Video gehen. Ich würde sagen, schnallt euch an, los geht's! Die Canon R8 und das 24-50 durfte ich jetzt zwei Wochen lang testen und Schuld daran ist mal wieder Fotoköster. Fotoköster, wer Fotoköster nicht kennt übrigens, ist ein Fotofachspezialist hier aus Münster. Aktuell noch am Bahnhof zu finden, ich denke bald, hoffentlich irgendwie Mitte, Ende, Sommer, auch etwas mehr im Innenstadt-Kernbereich. Die Leute da vor Ort, die Mädels und Jungs, würden sich bestimmt freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und die da mal besuchen würdet. Also, vielen Dank an Fotoköster für die Leihgabe dieses wundervollen Systems. Jetzt allerdings in diesem Video, wie gesagt, soll es um das Objektiv gehen. Und hier ist mir eine Sache aufgefallen. Ich hatte in den vorherigen Videos über Canon gerade zu den STM-Objektiven nicht so oft gute, wie soll das sagen, also nicht so gute Kritiken losgelassen. Ich habe zum einen mich immer beschwert, weil die Dinger in der Regel relativ laut waren. Zum anderen habe ich mich immer beschwert, dass die Teile einfach relativ langsam sind, wenn es um das Thema Autofokus geht. Dieses Objektiv hier allerdings ist tatsächlich, wie ich finde zumindest, das bis jetzt von mir aus getestete, leiseste STM-Objektiv von Canon und auch eines, was von der Autofokus-Performance her, von der Schnelligkeit her, sehr, sehr gut funktioniert. Darauf aber gleich im späteren Verlauf des Videos. Ich gehe erstmal auf die Haptik ein. Wir haben hier ein Objektiv, welches wirklich sehr, sehr gut verarbeitet ist. Es macht einen guten Eindruck, halt STM-typisch. Klar ist eine L-Linse von Canon da nochmal anders aufgebaut, aber tendenziell fühlt sich das hier alles wirklich gut an. Der Zoom-Ring macht hier eine gute Verarbeitung und eine gute Griffigkeit. Auch dieser Multifunktionsring ganz vorne fühlt sich gut an, lässt sich gut bewegen. Hier ist alles wirklich toll. Ebenfalls richtig toll an diesem Objektiv und eigentlich ja auch bei fast allen Canon-Objektiven ist die Tatsache, dass dieses Objektiv eine interne Stabilisierung hat. Die, ich habe das aufgeschrieben, ich glaube genau bis zu 4,5 Blendenstufen ausgleichen kann. In Kombination übrigens mit der richtigen Kamera, also einer Kamera, die ebenfalls sensorstabilisiert ist, dann schafft das ganze System bis zu, ich glaube, sieben Blendenstufen. Übrigens, das nehme ich schon mal vorweg, die R8 hat keinen stabilisierten Sensor. Aber dafür haben wir ja dann die Stabilisierung im Objektiv. Die zweite Sache, die ich hier an diesem Objektiv relativ interessant finde, ist der Schalter hier oben. Das ist nämlich nicht nur der AF-MF-Schalter, sondern auch der AF-MF-Control-Schalter. Dieser Schalter ermöglicht mir natürlich einmal die Kamera in den automatischen Fokus zu versetzen oder aber in den manuellen Fokus zu setzen. Darüber hinaus allerdings kann ich in der mittleren Stellung sozusagen hier vorne diesen Multifunktionsring anwählen und dementsprechend dann benutzen. Hier allerdings ist mir jetzt eine Sache aufgefallen. Vielleicht liegt es an mir, ich weiß es nicht. Ich hatte die Kamera nur zwei Wochen, vielleicht war es dafür dann zu kurz. Ich habe es irgendwie in den Menü-Einstellungen hier in der Kamera aber nicht anders gefunden. Wer das übrigens weiß, wer es besser weiß als ich, der darf das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Worum geht es? Ganz einfach erkläre ich euch kurz. Ich habe ja die Möglichkeit, hier vorne auf diesen Multifunktionsringen diverse Funktionen zu legen. Diese kann ich allerdings nur anwählen, wenn ich diesen Schalter auf Control gestellt habe, also auf die mittlere Position. Habe ich den Schalter vorne, also jetzt von euch aus gesehen hier auf der Position, auf AF, dann ist die Funktion des Multifunktionsringen deaktiviert. Habe ich jetzt diesen Schalter auf MF gestellt, also auf den manuellen Fokusbetrieb, dann erlischt sozusagen die Funktion, die ich mir dahinter legt habe. Denn dann wird aus diesem Multifunktionsring automatisch ein Fokusring. Das ist eigentlich ja gar nicht mal schlimm, muss ja auch so sein. Ich finde es trotzdem ein bisschen komisch gelöst, aber irgendwie, vielleicht ist es auch nur in meinem Universum so. Ich glaube allerdings auch, dass es nur eine Art von Gewohnheit ist. Ich kenne es jetzt von Sony komplett anders. Auch vorher die anderen Canon-Objektive, die ich getestet habe, waren da auch ein bisschen anders strukturiert, sage ich mal. Von daher, die hatten diesen Control-Funktionsschalter nicht. Das ist jetzt einfach für mich neu. Ich glaube aber, man kann sich da relativ gut dran gewöhnen. Ebenfalls überrascht und leider das nicht zum Positiven. Hier hinten am Objektiv fehlt mir eine Spritzwasserlippe. Und ihr könnt auch jetzt hier schon erkennen, das hintere Bayonett ist aus Kunststoff. Das heißt nicht, dass das jetzt schlecht verarbeitet ist. Im Gegenteil, diese Kunststoffe, die hier verbaut werden, sind sehr, sehr hochwertig. Aber man muss es einfach mal gesagt haben, ich sehe hier nichts. Also, es wird hier angedeutet, es sieht aus wie eine Gummilippe. Es ist aber keine. Ich zeige das nochmal. Hoffentlich kann man das irgendwie erkennen. Also, es ist keine Gummilippe. Ergo ist das Objektiv nicht gegen Staub und Spritzwasser geschützt, beziehungsweise die Verbindung zwischen Objektiv und Kamera. Das Objektiv besitzt sieben Blendenlamellen, die eigentlich laut Canon dafür sorgen sollen, dass das Bokeh, also die Unschärfe im Hintergrund, schöne, runde, wenn sie dann aufkommen, schöne, runde Bokehbälle erzeugen. Das habe ich jetzt in meinen kleinen Tests jetzt nicht wirklich rausgekitzelt. Und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der immer auf der Suche nach irgendwelchen Leuchtmitteln ist, Glühbieren oder wie auch immer. Ich bin derjenige, der in der Praxis das Objektiv mitnimmt, beziehungsweise die Kamera, das ganze System mitnimmt, und dann damit unterwegs ist, Fotos macht und derzeit sagt und sieht, ja, schönes Bokeh oder aber eben nicht. Und trotz der relativ geschlossenen Blende, Anfangsblende 4, 5 bis 6, 3, erziele ich dennoch ein relativ schönes Bokeh, also eine schöne weiche Unschärfe im Hintergrund oder aber im Vordergrund. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie das Bokeh sich aufbaut, sag ich mal, liegt ja auch nicht nur an der Blende, sondern auch an meiner Brennweite und dann der Entfernung zum zu fotografierenden Objekt. Ja, so, also da ist natürlich so ein bisschen Physik mit im Spiel. Und ich kann also relativ kleinblendig, also mit einer sehr, sehr hohen Tiefenschärfe im Bild, dennoch einen schönen Bouquet-Effekt erzeugen, wenn ich einfach eine dementsprechende Brennweite habe und ich mich vielleicht dementsprechend vor das Modell platziere, wenn ich jetzt zum Beispiel Menschen fotografieren würde. Ich zum Beispiel als Hochzeitsfotograf komme ab und zu in so Situationen, wo es relativ dunkel ist, in so kleinen Kirchen, kleinen Kapellen, wie auch immer. Da hätte ich jetzt hier mit diesem Objektiv wahrscheinlich meine Probleme. Man kann natürlich den ISO-Wert hochschrauben, aber dann haben wir natürlich auch wieder ein bisschen Verlust, was die Bildqualität angeht. Hier drin verbaut, und ich frage mich die ganze Zeit, wo zum Geier, weil das Teil ist ja echt schon ein bisschen sehr schmal. Ich zeige euch mal das ganz kurz, wie klein dieses Objektiv ist. Es passt mal wieder komplett hinter meine Hand. Also es ist wirklich sehr, sehr klein und leicht und kompakt. Hier drin verbaut zwei asphärische Linsen, die übrigens dafür sorgen, dass man solche Bildfehler wie chromatische Operationen und so weiter und so fort korrigiert bekommt. Und das kann ich euch auch schon mal vorweg sagen, hier habe ich keine chromatischen Operationen erkannt. Also tendenziell ist hier der Job, was diese Linsen angeht, richtig gut. Dieses Objektiv hat einen Filterdurchmesser von 58 Millimeter und das sorgt natürlich unterm Strich dafür, dass, wenn ich hier Filter brauche, UV-Filter, ND-Filter, was auch immer, ich relativ günstig dabei wegkomme. Denn umso kleiner der Filter, desto günstiger wird das für mich unterm Strich. Und das finde ich im Grunde eigentlich gar nicht mal schlecht. Ebenfalls nicht schlecht und das ist wirklich richtig gut. 210 Gramm wiegt diese Linse laut Hersteller. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt sie nicht wirklich. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, also nicht in der Hand. Ich habe ja mal das 35mm 8 gehabt von Canon und das sieht mir so von der Kompaktheit her, von der Größe her sehr, sehr gleich aus. Ich glaube mich aber daran zu erinnern, dass das 35mm 8 ein bisschen schwerer war. Also diese kleinen STM-Objektive von Canon, die sind, was die Flexibilität angeht, im Sinne von, ich will damit unterwegs auf Reisen gehen etc. Die machen extrem guten Eindruck hier und genau dafür ist das Objektiv auch gemacht. Denn mit einem Brennweitenbereich von 24 bis 50 Millimeter decke ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Brennweitenbereich ab. 24 Millimeter ist so Anfang-Weitwinklichkeit. Ich bekomme also relativ viel aufs Bild. 35 Millimeter zum Beispiel, was wir auch hier drin haben, ist so eine schöne Brennweite für Städtetrips etc. Und bei 50 Millimeter, ich sage mal, ist das irgendwie so eine Art Standard-Porträt-Linse beziehungsweise Porträt-Brennweite. Man kann hiermit eine ganze Menge anfangen, wie ich finde. Und das Ganze in einer kleinen und kompakten Bauweise mit 210 Gramm Respekt. Kleine und kompakte Bauform, ich habe euch ein bisschen angeflunkert. Denn dieses Objektiv, so wie es jetzt hier ist, ist im Grunde nicht einsatzbereit. Was? Wie? Ja, ist richtig. So kann ich das Objektiv nämlich nicht benutzen an meiner Kamera. Also klar, so sowieso nicht, weil ich müsste hier noch eine Kamera reinschrauben. Aber so, also in der Form kann ich es nicht benutzen. Hier oben über dem Canon-Logo, über dem Schriftzug, da seht ihr jetzt so einen kleinen weißen Strich und so einen kleinen weißen Punkt. Normalerweise ist da jetzt schon die Angabe der Brennweite. Die befindet sich aber bei diesem Objektiv ein bisschen weiter da. Hä? Warum das denn? Ja, jetzt pass auf. Damit das Objektiv benutzbar ist oder benutzt werden kann, muss es eher sozusagen in eine, ja, dafür vorgesehene Position gebracht werden. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Achtung. Jetzt bin ich auf 24 Millimeter. Und ihr seht schon hier, da ist ein Tubus rausgekommen. Der sorgt dafür, dass das Objektiv fast doppelt so lang wird. Ich versuche das mal einzufangen. Ich halte das mal hier, hier oben ist mein Mikrofon. Ich halte das mal hier hin. Also jetzt aktuell haben wir ja hier 24 Millimeter. Gehe ich jetzt in diese Reiseposition. Achtung. Habt ihr es gehört? Hört ihr das? Ich muss hier so eine Art, ähm, so eine Art Widerstand überbrücken, um dann überhaupt das Objektiv klein werden zu lassen. Und ich glaube, also es fühlt sich zumindest so an für mich. Ich glaube, das macht man hundertmal, dann bricht da irgendwas ab. Es ist natürlich nicht so, weil wir haben eine Canon-Linse. Und Canon generell, Kameras und Linsen sind saugut verarbeitet. Es fühlt sich aber komisch an, jedes Mal dieses starke Klack-Geräusch, Knack-Knarz-Geräusch provozieren zu müssen, damit ich mit dem Objektiv überhaupt arbeiten kann. Die Kamera zeigt mir, sofern ich das Objektiv nicht ausgefahren habe, eine Fehlermeldung auf dem Display, beziehungsweise hier steht dann, bringen Sie das Objektiv in die Aufnahmeposition. Sofern ich das also nicht getan habe, kann ich mit der Kamera und dem Objektiv in Kombination gar keine Fotos machen. Das funktioniert nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Und ebenfalls schade finde ich, dass sich zwischen 24 Millimeter und 50 Millimeter, schaut mal, der Tubus, der bleibt halt tatsächlich die ganze Zeit ausgefahren. Und ich weiß nicht, gerade weil das Objektiv ja nicht spritzwasser- und staubdicht ist, ich weiß nicht, ob das so richtig cool ist, weil hier kann dann vielleicht schon eine relativ große Menge an Spritzwasser reinkommen, wenn es mal fisselt oder regnet oder wie auch immer. Ist mit Vorsicht zu genießen. Tendenziell auch das ist eine Sache, die ich persönlich so in der Form noch nicht gesehen habe und auch noch nicht gefühlt und gehört habe. Dieses Knacken ist wirklich ein ganz komisches Gefühl. Aber im Grunde macht das wirklich einen sehr guten Eindruck. Und das sorgt natürlich dann unterm Strich dafür, dass ich hier ein sehr, sehr kleines und kompaktes System habe, was theoretisch noch nicht mal in einen Fotorucksack muss, sondern in eine kleine Fototasche passt. Das eigentlich Wichtige ist allerdings natürlich, was kommt denn eigentlich jetzt hier raus aus dem Objektiv? Und da habe ich natürlich ein paar Fotos gemacht. Die blende ich euch mal eben kurz ein, währenddessen ich ein bisschen was dazu erzähle. Ich war ja mit dem Test bei der R8 am Kanal hier in Münze und ich habe hier einige Fotos gemacht. Die Canon Linse an sich in Kombination mit der R8 macht einfach einen tollen Job. Die Farben sehen klasse aus, die Kontraste sehen gut aus und auch die Schärfe finde ich okay. Man muss bedenken, dass wir hier ein STM-Objektiv haben. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer L-Linse von Canon zum Beispiel. Und das ist auch nicht die Zielgruppe, die mit einem solchen Objektiv angesprochen wird. Aber dafür, dass dieses Objektiv, und das nehme ich schon mal vorweg, 399 Euro kostet, macht das hier einen verdammt guten Job. Chromatische Aberrationen, wie gesagt, habe ich nicht wirklich erkannt. Was ich erkannt habe, sind Verzeichnungen bzw. auch Vignetierungen. Die lassen sich allerdings innerhalb der Kamera schon korrigieren und dann sieht man davon im Grunde so gut wie gar nichts mehr. Ich blende euch mal ganz kurz ein Vergleichsfoto ein. Hier kann man das erkennen, wie die Vignetierung, auch die Verzeichnung so ein bisschen hier zu tragen kommt. Das ist jetzt allerdings auf 24 Millimeter aufgenommen. Und wir alle wissen, wenn wir mit der Brennweite so ein bisschen rausgehen, also spätestens bei 30, 35 Millimeter, dann ist das mit der Vignetierung schon so gut wie gar kein Problem mehr. Das taucht schon theoretisch gar nicht mehr auf. Und nochmal, liebe Leute, das lässt sich in Lightroom oder aber auch schon hier in der Kamera korrigieren. Und dann sieht man davon gar nichts mehr. Also ich finde das sehr, sehr nutzbar. Ich habe versucht, Sonnenstern damit zu fotografieren, was mir nur bedingt gelungen ist. Auch hier blende ich mal ganz kurz ein Foto ein. Ja, also, ich weiß nicht. Liegt wahrscheinlich einfach an der Brennweite, an der Lichtsituation und so weiter und so fort. Es ist, ja, ich glaube, man kann hier was rauskitzeln. Ein Sonnensternobjektiv ist es allerdings nicht. Und was es ebenfalls nicht kann, und ich bin ein großer Freund davon, sofern sie gut aussehen, Lensflares. Auch die habe ich wieder versucht, künstlich zu produzieren mit meinem Smartphone. Ich habe es aber nicht wirklich hinbekommen. Also man kann das hier in diesem kleinen Videoschnipsel sehen. Es gibt so ein paar Effekte hier, so ein paar Blend-Effekte, aber irgendwie nicht wirklich. Also von daher auch das für Videoproduktionen zum Beispiel extrem gut, weil dann kommen halt keine Bildfehler auf. Nochmal, ich persönlich mag das. Wenn so ein paar Lensflares ins Bild kommen, das kommt immer darauf an, wie die dann hinterher aussehen. Auch im Videobereich finde ich das ganz schön, weil man das so ein bisschen künstlerisch einsetzen kann. Wenn man sie aber nicht hat, ist das nicht von Nachteil. Sagen wir es mal so. In den zwei Wochen, wo ich es getestet habe, habe ich wirklich gemerkt, dass es total viel Spaß macht. Für mich als jemand, der gerne offenblendig fotografiert, vermisse ich hier natürlich die Offenblende. Aber nochmal, das darf man jetzt hier nicht vergleichen, dafür ist dieses Objektiv einfach nicht gemacht. Was mich ein bisschen verwirrt hat und ich habe mich in den zwei Wochen jetzt auch nicht daran gewöhnt, ist tatsächlich die Situation, dass ich dieses Objektiv immer in diese Wartestellung setzen muss oder aber erst mal aktivieren muss, damit ich überhaupt Fotos machen kann. Das fand ich ein bisschen komisch. Ich hatte mal ein Objektiv, das fällt mir gerade ein, ich glaube, das war das 800mm von Canon. Das hatte das auch. Das hatte hinten so einen relativ großen Ring, den musste man erst aufmachen, dann musste man das Objektiv rausschieben, dann wieder schließen und dann erst konnte man ein Foto machen. Das ist hier in etwa gleich, nur nicht ganz so riesig. Also ich finde, erst diesen Schritt noch machen zu müssen, finde ich manchmal ein bisschen schade. Das kann dafür sorgen, dass dann genau dieser Moment gerade vielleicht weg ist, dass der Vogel gerade nicht mehr auf dem Ass sitzt. Oder aber wenn ich wirklich mal eine Hochzeit damit fotografieren würde, dass der Kuss gerade der Brautleute jetzt schon vorbei ist, weil ich mir da einen abfummeln muss. Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass man sich daran gewöhnt und dann dementsprechend das so ein in eins übergeht in seinem Arbeitsworkflow. Der Preis, das hatte ich schon gesagt, 399 Euro und das finde ich total spektakulär. Noch spektakulärer allerdings ist die Kombination so, wie ich sie hier in der Hand halte. Denn in Kombination als Kit, das 2450 mit der Canon R8 kostet nur 1.999 Euro. Und jetzt sagt man, wie nur, das sind 2.000 Euro, Mann Junge, das ist schweineviel Geld. Stopp. Ja, natürlich, das ist viel Geld. Aber bitte bedenkt dabei, ihr habt ein sehr, sehr gutes System. Und dann in diesem Kit würde das Objektiv nur noch 200 Euro kosten. Und ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn ich jemand bin, der sehr gerne sehr offenblendig fotografiert, wenn ich aber das Canon-System hätte, dann wäre das 2450 für mich eine Linse, die extrem viel Sinn macht. Vor allem, wie gesagt, in Kombination mit der R8 als Kit-Variante. Denn dann kostet das Teil nur noch 200 Euro. Und ich finde, dafür muss man das Objektiv auf jeden Fall mitnehmen. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr mir folgt, wenn ihr auch mal zwischendurch bei Instagram und Facebook schaut, fände ich ganz super. Sollte ich hier noch was vergessen haben, habt ihr Fragen, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich muss dieses wunderschöne Teil leider wieder abgeben. Tatsächlich, also ich habe mich wieder daran gewöhnt. Canon fasst sich einfach gut an, kameratechnisch. Das fühlt sich alles gut an, das sieht auch alles klasse aus. Es ist eine schöne Kamera, es ist ein schönes System. Ich muss es wieder abgeben, es tut mir leid, liebe Freunde. Ich kann es doch auch nicht ändern. Wenn ich doch nur ein bisschen mehr Geld hätte, dann hätte ich hier eine Leica stehen, hätte ich hier eine Sony stehen, hätte ich hier eine Nikon stehen, dann hätte ich hier eine Canon stehen, auch wohl zwei. Aber ja, irgendwie geht halt nicht alles, ne? Wir sehen uns nächste Woche, bis dann. Ciao.